So Bastard ist die Hand eigentlich gar nicht. Wir müssen halt Land-Land ziehen, damit es insane wird. Ich glaube, das geht besser. Ja, nee, geht es anscheinend nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Solaris Climb the Ladder. Wir sind wieder im Explorer-Format unterwegs und wir zocken wieder eine Fight-Rigging-Liste. Ich hatte das bei der Sulta-Liste ja schon angekündigt, dass ich im direkten Vergleich auch mal die Golgari-Liste austesten möchte. Und hier sieht man auf jeden Fall schon einige Unterschiede, denn im Gegensatz zu der Sulta-Liste ist diese hier viel, viel fairer. Wir haben kein Emerging-Ultimatum, wir haben nicht diese One-Offs wie Aron's Epiphany oder Chiora Bestes Seagoths, die einfach sofort das Spiel gewinnen. Wir müssen uns als 7-Drop der Wahl mit Titan of Industry zufrieden geben. Zugegebenerweise ist die Karte auch nicht schlecht, also ist schon sehr, sehr gut, aber ist eben doch ein bisschen fairer als eine Karte, wo draufsteht, you win the game. Die Liste ist dafür allerdings auch ein bisschen schneller und ein bisschen konsistenter. Wir haben anstelle von einem Ein-Mana-Beschleuniger spielen wir 2, wir spielen 4 Lanova-Elfen und 4 Gilded Goose, sodass wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zumindest Turn 2 einen der Heavy-Hitter droppen können. Dazu gehören natürlich Fight-Rigging und Shakedown-Heavy, die kennen wir ja schon aus der Sulta-Variante. Hier spielen wir jetzt aber auch noch mit Rotting Regisaur, einfach eine Top-Karte, 7 Power, vor allen Dingen auch sehr, sehr, sehr gut zusammen mit der Great Henge. Rona ist einmal mit drin, ich meine, warum nicht, wenn wir diesen fetten Kreaturen Trample geben können, ist das definitiv nicht verkehrt. Naja, wobei eigentlich das nur der Rotting Regisaur braucht, denn Elder Gargaroth und Verderous Gearhulk und auch der Typen of Industry haben als urgrüne Kreaturen natürlich die Trample-Ability. Nichtsdestotrotz, so ein Ronas, der unzerstörbar ist, kann uns dann vielleicht auch mal über Removal-Spells hinweg eine Fight-Rigging-Ability triggern. Genau, Elder Gargaroth kennen wir ja schon. Dadurch, dass wir noch ein bisschen Beef brauchen, wir können ja jetzt hier auch tatsächlich keinen Cracken spielen, spielen wir halt eben Verderous Gearhulk, der zur Not auch mal ein sehr, sehr solides Target für Fight-Rigging ist. Genauso haben wir die Great Henge-Deck, nicht nur eine, sondern diesmal drei, denn wir haben einfach eine viel, viel schnellere und viel, viel explosivere Möglichkeit, die eben schnell rauszurotzen mit Rotting Regisaur oder eben Shakedown Heavy. Über die Mana-Kosten kann man sich ein bisschen wundern, aber es ist auf jeden Fall worth it, hier mal wieder ein Companion zu spielen. Oh Bosch, The Prey-Piercer ist mit dem Deck, beziehungsweise ist mit dem Sideboard, ist nicht direkt im Deck. Companions lohnen sich eigentlich immer und im Prinzip brauchen wir auch, oder vermissen wir keine geraden Converted Mana-Kosten in dem Deck. Alles, was wir haben wollen, ist eben ungerade. Das ist aber auch einer der Gründe, warum wir tatsächlich eben acht Ein-Mana-Beschleuniger spielen und eben so viele 3-Drops, damit sich das mit O Bosch auch lohnt. Land-Base ist eigentlich ganz klassisch, wir haben vielleicht spannenderweise noch einen Bosaju, einen Castle Garenbrick, womit man dann in Titan of Industry eine Runde früher casten kann und zwei Lair of the Hydra als eben Kreaturenländer. Im Sideboard brauchen wir auf jeden Fall Dinge gegen Kontrolle und auch Dinge wieder gegen Aggro, also das Sideboarding ist dem von der Sultai-Liste her nicht ganz unähnlich. Ihr seht hier auch wieder vier Thoughts, sie sind zwei Go-Blank als Discard-Optionen, wir haben aber auch vier Fatal-Push gegen aggressive Decks und wir haben noch eine kleine Planeswalker-Suite, so um zum einen das Portfolio für Fight-Rigging so ein bisschen zu erweitern mit Nissa, Vital Force und Vivian Reed, zum anderen aber auch einfach, um noch vielleicht Probleme zu lösen, wie zum Beispiel einen Disenchant-Effekt mal mehr zu haben und Nissa ist halt auch einfach eine super gute Grind-Karte, kann also auch mal in einem Control-Game sozusagen das Game übernehmen. Ein Kling-To-Dust, so ein bisschen Graveyard-Hate ist mit drin, man könnte ja auch überlegen, ob man eine Unlicensed Hearth spielt, das Problem ist dann natürlich wieder, dass man keinen obersten Prey-Piercer hat. Das ist die Deckliste, ich gehe mit euch auf die Liste, äh, ich gehe mit euch auf die Liste, ich gehe mit euch auf die Ladder und dann schauen wir mal, ob das Deck denn besser performen kann oder sich zumindest besser anfühlt als die Sultai-Variante. Also, Runde 1, wir können anfangen, das freut mich natürlich. Ähm, schade, die Hand bräuchte einen 1-Mana-Beschleuniger und dann wäre richtig, richtig, richtig geil, aber ich meine, wir haben die Kombo auf der Hand. Wie auch schon bei dem Sultai-Deck ist es auf jeden Fall wichtiger, Fight-Rigging auf der Hand zu haben als so ein Enabler, weil davon spielen wir halt mehr. Ja, dadurch, dass wir jetzt aber schon beides auf der Hand haben, warum denn nicht einfach auch mal die Hand halten? Wir sind on the play. On the draw könnte es einen Ticken zu langsam sein. Oh, noch ein Shakedown Heavy, klar, warum nicht? Den of the Bugbear spricht natürlich schon für ein aggressives Deck. Okay, Rakdos, Bloodtide-Harvester. Ähm, uh, Lay of the Hydra ist jetzt natürlich sehr praktisch. Ich nehm mal ein Shakedown Heavy. Ich gucke einfach mal, der kann gut angezündet werden, Gegner könnte jetzt noch ein Bloodtide-Harvester haben, das wäre so ziemlich das Schlimmste, was passieren könnte, weil der entwickelt das Board und hat einen schönen Removal-Spell für unser Shakedown Heavy. Sollte Shakedown Heavy überleben, können wir nächste Runde vielleicht mal so ein bisschen ins Fight-Rigging reingucken. Mal so einen kleinen Titel. Ah, okay, 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 ich weiß doch, was du vorhast. Ah, ich gehe jetzt erstmal ballern. Also ich meine... Ja, ja, da ist ein Voltage-Search oder sowas. Gucken wir mal. Ich musste... Ich... Du, ganz ehrlich, ich muss hier auch einfach... Ich kann auch einfach Karten ziehen. Ich brauche keinen Fight-Rigging. Ich lege einfach große Klöpse hin, dann kannst du mal schauen, was du machst. Wenn ich jetzt Fight-Rigging gelegt hätte, da kommt wahrscheinlich ein Removal-Spell, Cast-Down, was auch immer. Kolagans Command. Oh, ja, discard ich meinen Rotting Registrar. Den brauche ich hier, glaube ich, nicht. Ey, Kolagans Command. Okay, zwei Damage und Discard-E-Cut. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Da bin ich ganz... Oh, Fable. Ausgetappt. Falls du weißt, was ich meine, was das bedeutet. Ich glaube, es werden erstmal ordentlich die Fight-Rigged. Das ist okay. Okay, ein bisschen wenig Resilienz hat unser Gegner hier schon, muss ich sagen. Gut, Kolagans Command. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich so richtig boarden soll. Weil das ist eigentlich so ein Match-Up... Da bin ich... Ich meine, man könnte Go-Blank boarden. Aber man muss nicht wirklich viel boarden. Das ist halt das Schöne. Von Raktor-Stack, das frühstücken wir eigentlich ganz gerne. Man könnte natürlich, wenn wir grinden wollen, können wir sagen, okay, wir nehmen mal ein paar Planeswalker mit rein. Wenn mir wirklich alles angezündet wird. Wir können einfach ein paar Planeswalker mit reinnehmen. Ich nehme mal so ein Verderous-Giag raus. Ich nehme mal vielleicht... Ich nehme mal so ein bisschen Mana-Beschleunigung mit raus. Außer jetzt... Ne, warte mal. Wir nehmen lieber Rotting Regisor ein. Zwei raus. Weil der tatsächlich nicht ganz so gut ist. Wenn es grindy wird und er uns alles abschießt und den Rotting Regisor überleben lässt und wir immer eine Karte extra diskarten müssen, ist nicht ganz so cool. So ist es, glaube ich, schon ganz okay. Planeswalker lassen uns auf jeden Fall noch ein bisschen besser grinden. Rängt jetzt natürlich so ein bisschen davon ab, wie der Gegner boardet. Ich gehe mal davon aus, dass Diskart reingeboardet wird. Ich gehe mal davon aus, dass große Remover-Spells reingeboardet werden. Sowas wie Heartless-Act. Wobei Heartless-Act auch gar nicht so gut ist, wenn wir die ganze Zeit mal anfangen. Aber vielleicht... Keine Ahnung. Murderous Rider, Heartless-Act, Castdown. Irgendwelche solchen Geschichten werden da bestimmt benutzt. So, Game Nummer zwei. Keeper. Also ich meine, Turn 1, Lano Wave, Doppelfight-Rigging ist busted. Doppel Greathenge ist anti-busted. Ah, da ist der Fade-Push. Jetzt wird es schwierig. Jetzt ist unsere Hand crap. Jetzt ist unsere Hand leider crap. Also ich kann auf Turn 3 Fight-Rigging legen und da mache ich nichts mehr. So, Gegner ist Mono-Black. Ja gut, aber Greyfjord Trespasser ist eine gute Magic-Karte leider. Titan of Industry. Ja, kann ich noch ein paar mehr 10-Drops ziehen? Ich meine, das kann immer mal passieren. Jetzt sind wahrscheinlich nur Länder drunter. Okay, Taito-Bernd. So. Ähm. Porzis, ja. Ehrlich gesagt, ist mir das egal. Wahrscheinlich Verderous Gear Hulk, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Verderous Gear Hulk ist einfach richtig. Gegner hat... Gegner hat keine Länder? Okay. Oh, nein! Jetzt sind wir Titan-Flighted. Wir können leider keinen Titan mehr finden. Wir haben nämlich alle. Einen da drunter und zwei hier. Mr. Vital Force ist gut. Aber da waren auch keine Länder, ne? Okay, so. Jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt verlieren wir einfach am Greyfjord Trespasser, oder wie ist das hier? Oh, shake down heavy. Sweet! Sweet! Gegner muss jetzt wahrscheinlich richtig brechen. Oh Gott. Ja, so einfach geht das. Ich würde sagen, also es fühlt sich ein bisschen konsistenter an als die Sultan-Variante, aber dieses 3-Minuten-Match reicht leider nicht, um das herauszufinden. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal in nächstes. Boah, das ist klar. Also ich meine, es ist irgendwie... Ne, es ist keine Hand. Es fehlt in zweites Landes, es fehlt ein Fight-Raving und 3 Mana im Ebenen. Das fehlt eigentlich alles. Aber ich denke immer so, ach, das ist schade, ey. Turn 1 Mana-Beschleunigung ist genau das, wo man sein will. Aber jetzt gerade nicht. Joa, das ist besser. Ich lege mal einen Titan weg. Den können wir leider auch nicht wiederfinden. Also das mit den Titans, das machen wir sehr, sehr gut. Overgrown Tom. Entschuldigung, Harry. Ich spiele noch jetzt etwa keinen Mirror. Ne, tut mir... Ja, vielleicht die Sultan-Variant. Ich behalte das mal auf der Hand. Wer weiß. Rose-Piral vielleicht? Ist das Sultan-Ramp oder so? Ja, okay. Das Sultan-Ramp-Deck ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht im Explorer. Das kann, glaube ich, einiges. Aber schauen wir erstmal nach. Ich werde jetzt gleich... eine Runde Fights-Ring, denke ich. Elder-G ist am Start. Schauen wir mal, ob der Resolved. Ja, ich glaube... Also es spielt... Ja. Hideaway 5. Und wir finden Titan. Ja, wir finden alle Titans der Welt. Es sind immer alle drei Titans in den obersten zwölf Karten. Immer. Grundsätzlich. Ist auch wichtig. Ne. Warum macht unser Gegner diese? Warum Busse... Ja, ich meine... Ich meine... Es ist nicht ganz so schlimm, weil ich jetzt nächste Runde dafür Elder Gar... Ja, genau. Es ist nicht ganz so schlimm, weil ich dafür jetzt dann nächste Runde Elder Gargaroth legen kann. Aber... Was war er gekommen? Don't Doom Blade... Oh, hätte er Otavara an können. Oh, Mann, ey. Warum... Warum empfinde nur ich diesen Destroy-Effekt als ein bisschen lächerlich? Dieses kleine, süße... Das macht mir irgendwie ein bisschen zu wenig. So. Elder-G. Ne. Nicht Sensor, Alter. Doch, Sensor. Ja, dann gewinne ich es nicht mehr. Also, ich gehe jetzt auf 8. Ich lege einen Titan. Und was mache ich damit? Hm. Das ist definitiv nicht mein Lieblingsmatch-up hier. Uiua. Aber wenn die gleich Death... Oh, ne? Die kriegen gleich Death Touch. Ne, das geht nicht. Die können nicht Death Touch kriegen. Weil dann bin ich tot. Weil die Trample haben. Das bedeutet, ich muss den spielen. Muss einen 4er bauen und einen Artefakt zerstören. Äh, und einen Charmin zerstören. Sieht doof aus. Geht aber nicht anders. Weil wenn die Trample hätten, dann würde ich 10 nehmen. Egal, wie viele Crits... Also, fast egal. Emerging Ultimatum? Hardcast? Bring it. Okay. Einfach nur gecheckt, was so am Mana da ist, oder? Okay. Na gut. Hydroid Craces. Ah, okay. Hydroid Craces für X gleich 6. Ja, cool. You love to see it. Ist es eigentlich gut, wenn Elder Gargaroth auf dem Battlefield bleibt? So, ich weiß nicht. So, sind wir auf 3. Und der Soundbug ist auf jeden Fall auch schon wieder am Start. So, ich lege mal die hier. Ich lege mal die hier. Und ich nehme mal Obersch auf die Hand. Nehme ich Obersch auf die Hand? Ich meine, ich habe Block, Block. Der Gegner hat 6 Hand, geil. Ich nehme Obersch auf die Hand. Werde Overgrown Tomp abschmeißen. Ich präsentiere Lethal aktuell. Aktuell präsentiere ich 28 Damage. Jetzt präsentiert der Gegner Lethal. Okay. Sad. Und das sogar ohne Soundeffekt. Gegner präsentiert ohne Soundeffekt-Lied. Okay. Ja, das ist ein schwieriges Matchup. Ich glaube, da bohrte ich mal Discard rein. Und ich glaube, da fühle ich mich nicht so zu Hause. Da bohrte ich vor allen Dingen auch mal sowas rein. Und, ähm, ja. Was nehmen wir denn raus? Rotting Boil. Ich glaube, ich nehme auch so ein bisschen Mana-Beschleunigung raus. Wobei das wahrscheinlich unsere Play. Das ist wahrscheinlich unser, unser, wenn ich es eher on the draw, unser Game. Ähm, wollte ich vielleicht auch nicht. Wollte ich vielleicht auch nicht alle raus. Ja, ich glaube, on the draw ist unser Game mehr das. Ob wir unbedingt Drohnen ausprobieren. Ja. Okay. Bisschen Discard reingebordet, dass man vielleicht die eine schlimme Karte wegnehmen kann oder so. Jetzt Mana-Beschleunigung. Turn 2 Fight-Rigging. Auf geht's. Sonst haben wir hier zu schnelle Spiele. Da muss ich ausnahmsweise mal für den Solaris-Leader-Clank noch ein drittes Match hier veranschlagen. Ja, ich meine, geil ist nicht. Aber, kann man das maligen? Wir haben halt Fight-Rigging. Ich glaube, man kann es nicht maligen. Gegner überlegt hier noch. Gegner ist noch ein bisschen im Panzer. Wir legen mal eine Deathcap-Glade. Thorzies wäre gut. Thorzies wäre gut. Mana-Beschleunigung wäre gut. Und eine der Kreaturen, die sechs oder mehr Power hat, wäre gut. Castle-Garen-Brick. Das bringt mir nicht ganz so viel. Es kommt vor allen Dingen auch getappt ins Spiel, ne? Ja, dann hätte ich das, glaube ich, legen sollen. Okay, ich lege mal Fight-Rigging. Fight-Rigging. Finden Verderous-Gear-Hulk. Nächste, also, puh. Shakedown-Heavy wäre schon ein guter Draw. Ich fragte, uh, Mist-Land-Drops hier. Hatten zwei Länder gehalten. Misty-Land-Drops. Findet-Land-Drop. Und. Lässt sich ein schwarzes oder ein blaues Mana offen? Wofür denn das wohl? Fatal-Push? Aber das braucht doch kein Mensch. Also, ich meine, jetzt muss ich halt Angst vor Sensor haben. Oh, meh. Ich werde trotzdem erstmal ein Elder-G legen. Gucken, was passiert. Könnte gesensort werden. Könnte... Könnte ein Gemake-diszippiert werden. Aber wofür lässt man sich ein? LPS? Ne. Manometrico. We don't like that, though. Okay, das ist nicht schlecht. Dann werde ich erstmal Thought Season. Gucken, was da noch so in der Hand steckt. Oh. Fatal-Push. Nissa. Binding. Nehme ich das Binding. Und leg... Weil Nissa, glaube ich, mir relativ egal ist. Also, angenommen, es wird jetzt Nissa gelegt. Fatal-Push ist auch nicht gut gegen uns, ehrlich gesagt. Trifft nur die Mana-Dorks. Beziehungsweise bei Revolt dann auch noch die drei Drops. Aber... I don't know. Und wenn das jetzt ein Land ist? Okay, nix. Och. Schubi, du. Schubi-di-Dizzle. Das ist ja ganz verlockend hier. Hallo, ich bin's. Der Fight-Rigore. So, jetzt mal einen Titan hier finden. Ja, Mann. Upp. Nissa ist auch gut. Aber ich glaube, Titan ist geiler. So, gehen wir auf. Ne, gehen wir noch nicht. Geben wir jetzt auf. Schau mal, ich. Okay, wollte ich gerade sagen. Das ist ja das Schöne an den Spielen. Die gehen dann auch immer relativ schnell. Wenn Fight-Rigging aufgeht. So, ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen höher auf Discard-Borden und ein bisschen die Mana-Beschleunigung rausnehmen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich Vivian drin haben will. Was soll denn hier noch... Ich meine, Shark-Typhoon. Vivian ist halt einfach so flexibel, ne? Vivian ist schon wirklich gut. Vielleicht einen Geah-Hulk und dafür eine Vivian mit rein. Ja, und dann einfach ein bisschen Mana-Beschleunigung und ein bisschen Discard und die wichtigen Karten einfach rausnehmen. Ich glaube, das ist gar nicht so ein schlechter Plan. On the Draw, glaube ich, ist auch wichtig, dass man immer so den One-Drop dann hat. Also entweder ist jetzt eine Beschleunigung oder eben Fort Seas. Oh, eigentlich mag ich die Hand. Aber es fehlt ein Land. Okay, guckt mal einmal kurz weg. Oh, Mann, ey, da war so ein Lack. Jetzt habe ich auf Keep gedrückt. Oh, Mann. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Turn 1 Gilded Goose, turn 2 Thorzies, Lanova 11 vielleicht. Mal gucken. Oh, Thorzies? Nee. Okay. Nimmt mir vielleicht eine Mana-Beschleunigung? Vielleicht eine Gilded Goose? Weil das wäre richtig sad. Wenn du mir Gilded Goose nimmst, habe ich kein schwarzes Mana mehr. Ich muss ja Dark-Bore-Pathway auf grün legen. Ah, guckt aber nach einer Vital Force. Ah, das ist nicht so ganz so leicht auch. Nimm das Thorzies. Okay, aber wir ziehen glücklicherweise erst mal einen 5-Drop. Lance, come on. Come on, Lance. Noch ein Thorzies. Okay, oh. Lanova 11. Weil sonst kann ich gleich Go-Blank spielen. Vielleicht irgendwann in einem absurden Szenario. Ich meine, was bringt es dir, so einen Haymaker wegzunehmen? Ich habe E3. Go-Blank. Okay. Den Dis... Oh, Land ist nicht schlecht. Okay. Wenn ich jetzt noch ein Land ziehe, dann kann ich erst mal eine Nissa droppen. Ach nee, aber das ist gar nicht so gut, ne? Okay, Gegner hat auch ein Land gezogen. Land. Boom. Shakedown heavy. Ja, ich glaube, den legen wir ein. Ja, was soll ich machen? Soll ich mir O-Bosch auf die Hand nehmen? Das ist, glaube ich, auch kein Plan. Oh, das könnte natürlich schlecht sein gegen Shark-Typhoon für 1. Go Spiral, okay. Aber. Gegner ist auf 13. Aber wenn jetzt allerdings ein... Hier, wer ist der? Der Fat Klops kommt. Fein Ding. Na, okay. Äh, der Gargaroth meinte ich natürlich mit Fat Klops. Mein Land, ja. Ich kann aber leider immer noch nichts casten. Was ich tun kann ist, angreifen für 1 und mir einen Food-Token machen. Oh Gott. Bisschen Not gegen Elend. Aber okay. Fein. Fein, fein, fein. Fatal Push wäre jetzt übrigens eine gute Karte. Grow Spiral, okay. Hat der Gegner ja nicht mehr viel, ne? Wenn er jetzt gleich mit einer Krasis reloadet, dann reloadet er mit einer Krasis. Äh, ja. Raide Fuji. Komm mal da, raus da. Nissa Vital Force muss jetzt ballern. Nein. Mann. Das ist so schrecklich. Okay. Jetzt dann. Oh, Swamp war ein guter Draw. Krieg ich mal eine Nissa Vital Force. Kommt die jetzt? Eis. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt, die nimmt sich direkt mal die andere Nissa wieder auf die Hand, damit wir auch schön in den Grind-Modus einsteigen. Dann sag ich mal Go. Nee, Gegner enden oft hören jetzt hier noch. Noch eine Grow Spiral vielleicht. Was kann man noch? Oh, Shark Typhoon. Okay. Ja, gut. Shark Typhoon ist eine magische Karte. Jetzt wäre natürlich Vivian besser, um einfach den Shark abzuräumen. Oh, Leute, ey. Die Länder sind ja leider haben gerade Konverte-Mana-Kost. Damit kann ich mit O-Bosch nicht so viel. So, okay. Nissa ist tot. Oder ich bringe Gilded-Guse. Ja, wie gesagt, glaube ich mal. Nissa rammt ja auch gefühlt. Nissa enttappt mir ja auch wieder ein Land. Ist, glaube ich, ganz okay. Elder G, da ist er. Da ist der Problembär. Und... Oh, Fight-Rigging? Okay. Bester Draw. Okay, folgendes. Shakedown Heavy. Äh, untap, Target, Land, You-Control. Fight-Rigging. Bring it. Please. Yes. Nice. Thanks. Draw. Haha. Ähm... Ich glaube, ich mach mal eine Shield-Counter auf den hier. So, okay. Jetzt kannst du kommen. Jaja, das sind... Als ob du eine Crazies getoppteckt hättest. Erzähl mir nix. Erzähl mir nicht, du hast eine Crazies... Are you kidding me? Das ist nicht schlecht, ey. Das ist nicht schlecht. Geiles Match. Gefällt mir. So, äh... Ähm... Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also, äh... Ich könnte mir was wiederholen, aber das bringt alles. So, wie ist das denn jetzt? Verderous Schmierhalk. Sehr gut. Ist ja eine Karte, die man sich... Ich glaube, das ist eine Karte, die man sich vorstellen könnte. Ich glaube, da kommen zwei Marken drauf. Und ich glaube auch, dass... hier zwei Marken drauf kommen. Und dann würde ich mal auf den Titan noch eine Marke legen. Und dann würde ich mal ballern gehen. Wie viel Damage hat unser Gegner denn? Moment, aber wir sind auch lethal. Okay, unser Gegner... Naja, nee, wir sind nicht lethal. Ah, scheiße. Ich lasse mal zwei Kreaturen zurück. So ist theoretisch lethal. Okay, aber Gegner kann natürlich... Genau, das kann der Gegner immer machen. Na gut, immer acht zu nehmen, ist halt auch nicht geil. Okay, dann haben wir schon mal den einen Flieger weg. Gegner ist auf elf. Ich werde jetzt mal noch ein Land treppen. Und dann go sagen. So, wir haben eins, zwei, drei, fünf, sechs. Sieben, welchen Landzieher könnte ich O-Bosch legen und O-Bosch casten? Und ich glaube, dann ist das Game einfach vorbei, weil dann schießen wir unseren Gegner einfach aus dem Leben. Ich weiß nicht, wie viel Damage wir da machen. 12.000 ungefähr oder so. Ich kann es nicht ausrechnen. Hydroid-Cases war aber auf jeden Fall ein guter Durchschnitt. Ich weiß nicht, wie viele diese Sülter-Listen wohl so spielen. Ich schätze mal so zwei. Aber man will ja auch nicht seine Hand immer komplett vollkloben. Das ist gut. Das ist leider sehr gut. Hätte ich das auch verhindern können? Ne. Es wird auf jeden Fall ein 5-5 Element. Das kann ich nicht verhindern. Jetzt hat er geht nur noch zwei Handkarten. Trotzis. Okay. Ja. Nimmt die Nissa. Okay. Auch wieder interessant. Und greift jetzt sogar mit der Hydroid-Cases an. Das glaube ich. Good game. Ja, ich wollte gerade sagen, damit hast du doch auf jeden Fall verloren, wenn wir nochmal eine Tag-Step haben. Okay. Also ich meine, das Deck funktioniert anscheinend auch sehr gut. Wisst du was? Ich mache noch einfach ein Bonus-Match. Die Matches gehen so schnell. Ich mache noch ein Bonus-Client-Match. Auf geht's. Wir spielen gegen Debris. Auch ein Connoisseur von O-Bosch. Okay. Wir dürfen anfangen. Oh Mann ey. Die Hand ist so bastert, wenn wir noch ein Land ziehen. Ne. So bastert ist die Hand eigentlich gar nicht. Wir müssen halt Land-Land ziehen, damit es insane wird. Ich glaube, das geht besser. Ja. Ne. Geht es anscheinend nicht. Ja, toll. Okay. Sehr gut. Okay. Gameplan steht, würde ich mal sagen. Turn 3, Shakedown Heavy. Turn 4, Great Hand. Und dann mal schauen, was passiert. Ja. Sehr gut. Hätte ich mal die erste Hand. Geil. No Stomping Ground. Okay. Stomping Ground. Und O-Bosch. Und O-Bosch. Rule Agro mit. Okay. Great Hand kostet jetzt aber auch schon wieder, auf jeden Fall wieder ein sehr feasible Amount. Laststruck Beast. Ja, okay. Ich glaube, die Great Hand kann mich gut anmalligen. Ja, die werde ich jetzt auch mal gegen, könnte natürlich sowas machen. Great Hand. Schauen wir mal. Ich muss natürlich jede Runde eine Karte diskaten, aber. Dafür habe ich halt auch die Fettsos vor dem Herrn auf dem Board hier. Von mir aus kannst du 6 nehmen, kannst Doppelblocken oder mir eine Karte geben. Ich bin mit allem einverstanden. Geht das auf 12? Hat es mal wie viel machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay. Können wir nicht, aber. Wenn wir jetzt O-Bosch legen, wird es auch schon relativ knapp mit dem Lethal. Das ist ein guter Thrashing Brontodon. Junge, 2019 hat angerufen. Die wollen ihr Brontodon zurück. Alter, nee. Hat er einfach den Brontodöner gemacht. Na gut, ich meine, Lanova 11 ist jetzt halt nicht mehr so strong. Agilded Goose hingegen ist natürlich eine ganz starke Karte. So, schauen wir mal. Attack für 14. Das ist lethal. Kannst du nicht entscheiden, dass ich eine Karte ziehe? Nee, okay. Da wird gechumpt und dann nochmal 6 genommen. Gut, alles fein. Ich lege hier eine Gilded Goose und habe noch einen Rotting Regisaur. Ich meine, wie gesagt, man kann halt auch einfach mit großen, dummen Kreaturen das Spiel gewinnen. Das geht immer. Gegner ist auf 6. Ach so, du hast selber eine Great Henge. Okay. Ja, das ist natürlich möglicherweise doof. Wie groß ist der denn jetzt? 5,5. Ziehst du eine Karte? Ja, aber dann musst du ja... Das ist ja trotzdem nicht so geil für dich, oder? Ich habe mich irgendwie verrechnet. Ah, da könnte vielleicht noch was kommen. Lightning Bolt. Wofür ist denn der Stopp hier noch? Ja, ich muss zwei Karten diskaden. Scheiße, Mann. Na gut, mache ich. Ehe gemacht. Yikes. Jetzt sind auch noch beide Rotting Regisaur's lethal. Das ist natürlich eine Frechheit. Kein... Kein Titan of Industry, aber still okay. Ah, Marke hier drauf. Ist auch geil. Alle vier Marken kommen jetzt auf die Gilded Goose. Das wird jetzt eine Kampf-Goose, Leute. Ja. Ich habe mir überlegt, wir brauchen auch mal eine Kampf-Goose. Also 4,6-Goose, die man so richtig reinpfeffern kann. Oh, nein. Oh, nein. Play with Fire. Scheiße. Ich glaube, es spielt keine Rolle. Ich glaube, es spielt keine Rolle. Er muss halt Jump-Jump machen, aber... Ah, das war natürlich nicht ganz so klug. Okay. Den Zahn hätten wir schon mal gezogen. Jetzt muss ich leider Fight-Rigging abschmeißen. Oh, Mann, ey. Hätte ich mal zwei Marken auf den Shake-Down-Heavy gelegt. Oder auf den Verderous-Gehive. Oder was auch immer. Auf jeden Fall hätte ich das alles besser nutzen können als jetzt. Okay. Great-Hench haben oder nicht haben, ist schon ziemlich krass. Das macht schon einen Unterschied. Ja, okay. Das ist alles nicht bad. Aber du musst wieder zwei Kreaturen vor... Nee. Huh? Wait, what? Okay. Jetzt einfach das Spiel gewinnen. Aber ich will nicht, dass du das Spiel gewinnst. Genau, Verderous-Gehive, klar. Ähm, ja, dann auf den Trampler. Dann mal Gas geben. Muss eh beide blocken. Aber verlieren wir vielleicht noch gegen irgendwas? What? Achso, er muss den gar nicht blocken. Und der hat ja zwei live gegamed. Ich bin ja so ein Atta-Trash-Pile. Huh. Nee. Den auf die Hand nehmen, macht gar keinen Sinn. Gerade kurz überlegt dann so, ah nee, warte, dann muss ich ja beide abschmeißen. Nö, lass das einfach mal nicht machen. Last-Track-Beast. Oh man, ey. Er findet aber auch einfach immer diese Blocker. Er findet sie aber auch einfach. Ja, kein Problem. Hat aber schon fünf Karten mehr gezogen als wir. Dank des Thrashing Brontodons. Hätte nix mehr zu ein, ey. Thrashing Brontodon. So, gehen wir erstmal auf 16. Yep. Ich muss den Murderous Gag abschmeißen. Ich muss noch was abschmeißen. Ich ziehe eine Gilded Goo. Okay. Ich spiele die Gilded Goo. Ach. Jetzt hat der Gegner sogar theoretisch die Möglichkeit, einen von meinen Registoren umzuschmeißen. Das ist halt auch so nervig. Ich kann einfach den 8-7er doppelblocken. Und den 9-8er jumpen. Dann ist es ungünstig. Wir verlieren das einfach wegen Great Henge. Leute. Wir verlieren das Spiel wegen Great Henge. Gegner hat 200 Karten mehr gezogen. Ich dachte, mein Matchup ist so gut, ey. Also ist es auch. Aber irgendwie kommt der Draw nicht zusammen. Mein Glorybringer macht jetzt auch... Kann jetzt sogar... Verdammte Axt kann jetzt sogar einfach den Rotting Registore klären. Ich glaube, dann sind wir einfach fertig, oder? Das muss doch gefavort sein für uns, Alter. Unsere Kreaturen sind so fett. Einfach gegen Thrashing Brontodon verloren. Und wir haben hier keinen Titan gefunden. Wenn wir hier einen Titan gefunden hätten, dann hätten wir auch die Great Henge kaputt gemacht. Das ist ja so kaputt. Da kann ich rausgehen. Ich nehme jetzt einfach nochmal 10. Ich finde es auch geil, dass die ganze Zeit dieser Spell auf dem Stack noch im Ohr brennt. Also wenn schon Soundbug, dann aber auch richtig. Oh, Leute! Das ist doch besiegbar hier, das Deck. Ich will auch gar nichts Sideboarden. Vielleicht eine Vivian Reed. Ja, okay. Vielleicht eine Vivian Reed. Aber... Taddle Push brauchen wir, glaube ich, nicht. Gegner hat... Ich meine... Gegner hat sehr viele offensichtlich 3 Drops und 5 Drops und so. Totsis? Nö. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Hätte ich. Das Matchup muss gut genug sein. Da müssen wir einfach so dran vorbeikommen. Hoffentlich. Crazy. Hätte nicht gedacht, dass es in der aktuellen Explorer-Meta noch ein Gruul-Agro-Deck gibt. Das ist irgendwie... Das fühlt sich so... Fühlt sich so falsch an. Aber okay, vielleicht funktioniert es. Gegner liegt ja auch 1-0 vorne. Und... Boah, das auf jeden Fall sich ja so. Ich nehme mir mal einen Schluck zu trinken. Das solltet ihr auch tun. Aktuelle Temperatur hier draußen 35 Grad. Ich weiß nicht, ob die Hitzewelle schon vorbei ist, wenn ihr das Video seht. Wenn ich genau die Upload-Schedule kenne. Aber... Stay hydrated ist auf jeden Fall wichtig. Gerade bei so heißen Temperaturen. Da muss ich mir hier mal einen Schluck gönnen. So. Ah, das tut gut. Das tut gut. Wir dürfen anfangen. So wie jeder Verlierer. Die dürfen immer anfangen. Das ist eine gute Hand. Gibt. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mache. Also ich will Turn 2 eigentlich das Fight-Rigging, was ich von oben ziehe, legen. Wenn das okay ist. Darf ich? Da ist das Play with Fire sofort natürlich. Play with Fire wird natürlich drin gelassen. Hat ja auch die Mana-Beschleuniger als Treffer. Also ich meine, wieso sollte man das dann auch nicht drin lassen? Imagine Play with Fire gegen 7-6er, 8-8er oder 7-7er mit Shield-Marke. Da wären die ja voll schlecht. Ja gut, was soll ich machen? Ich glaube ich, also hier Go zu sagen und den Food-Token zu futtern, bringt mir nichts. Da werde ich einfach mal den Regisor-Beatdown starten. Vielleicht sicher eine Great-Hange. Great-Hange wäre gut. Bonecrusher in den Kopf, okay. Und Bonecrusher ausgespielt. Okay, gut. Ich werde den Titan abschmeißen. Oh, da komme ich im Leben nicht mehr hin. Ich weiß auf jeden Fall, was ich als nächstes abschmeißen werde. Mal gucken, dass die Regisoren einfach reichen. Vielleicht lege ich sogar Lano bei 11. Also vielleicht schmeiße ich sogar Verdruss-Gerg und Vivian Reed weg. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, genau. So sollte es eigentlich laufen. Ich mache nichts. Ich lege Turn 3 in 7-6er. Ich lege Turn 4 in 7-6er. Oh, scheiße. Wie soll ich denn dagegen gewinnen? Ja, das ist eigentlich so, wie ich mir gedacht habe, dass das Deck, dass das Match-Up funktioniert. Ich denke, wir werden den gleichen Pan einfach nochmal genauso durchführen. Ich bin da ganz guter Dinge. Gegen den Debris. Keeper. Gegner auch Lano bei 11. Start, okay. Castle Garenbrick, ganz schlechtes, ganz schlechter Draw. Jetzt den Flood, oder was? Jetzt nochmal den Flood auspacken. Das ist eine Mammoth, okay. Oh, yes. Wenigstens noch ein Land. Boah, Alter, ey. Turn 2 O-Bosch auf die Hand nehmen ist auch schon... Ja, das Game ist jetzt schon verloren. Ich habe keinen High-Impact-Spiel gespielt. Das Game ist jetzt schon verloren. Glaube ich. Ah, 5 Länder, Mana-Beschleunigung und Gargob... Mana-Beschleunigung ist halt so wichtig on the Draw, ne? Deshalb dachte ich, aber... Vielleicht doch einfach nicht. Vielleicht sind wir einfach kaputt, Nick. Gegner spielt das Deck zu Eldraine-Zeiten hier einfach. Einfach geil. Okay. Noch ein 5-Trop. Lass mich mal kurz zählen. Angenommen, der geht in ein Land. Dann nehme ich jetzt 6 oder 7. Und gehe auf 8. Und der legt noch eine Kreatur. Und dann bin ich tot. Okay, habe ich verstanden. Ich sollte jetzt... Ah. Ich sollte jetzt ein Wrath-Effekt ziehen. Genau jetzt. Weil, wenn ich jetzt noch ein Land ziehe oder ein 5-Trop, dann bin ich ziemlich dead. So bin ich noch nicht tot. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Boah, nee. Wenn der Gehtner ein Land hat, bin ich tot an Obon-Show, ne? Wenn der Gehtner ein Land hat, bin ich tot an Obon-Show. Da kann ich aber nichts machen. Ich hätte die Hand nicht halten können. Logo-Bringer, ja, okay, gut. Das reicht, oder? Warte, lass mich kurz zählen. Er macht den kaputt. 5, 11, 2615. Alter, okay. Aber ich meine, Maligen ist auch immer schwierig, ne? Maligen ist immer schwierig. Wir hatten die Mana-Beschleunigung. Wir haben den einen Fetzo. Unser Gegner hatte einfach einen guten Draw. Mit auch Mana-Beschleunigung. Turn 2 Kasandu. Und dann einfach durchgezogen. Ich glaube trotzdem... Also, ich kann nicht abschließend beurteilen, ob die Sulte-Variante besser ist. Oder die Golgari-Variante. Die Sulte-Variante hat halt einfach den I-Win-Knopf. Weil die Golgari-Variante fühlt sich schon konstanter an. Und ich glaube, ich würde auch in der Sulte-Variante wahrscheinlich zumindest auf 8 Mana-Beschleuniger auf Turn 1 gehen. Und den Incubation-Duit rausnehmen. Der ist zwar auch ein bisschen Fixing. Und der synergiert halt gut mit Fight-Rigging. Aber ich glaube, der ist ein bisschen schlecht. Ja, das war es auf jeden Fall von mir. Mit Golgari-Fight-Rigging. Wenn ihr Spaß daran gehabt habt, würde ich mich natürlich wie immer über den Daumen-Hoch-Knopf freuen. Drückt auch gerne auf den Abo-Knopf. Und natürlich ein großes Dankeschön, dass ihr bis zum Ende des Videos durchgehalten habt. Ich sage mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Solaris. Tschüss.